Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von SafeTV. Das ist ein Online-Videorekorder, mit dem man das Fernsehprogramm von über 45 TV-Sendern aufnehmen kann. Ihr habt so ein Interface, entweder in der App oder auf der Website. Die Apps gibt es für ungefähr alle Systeme, die man sich so vorstellen kann. Ihr braucht kein extra Gerät, ihr braucht keinen Kabelanschluss, ihr braucht keine Satellitenschüssel. Ihr klickt dort einfach in dem Programmführer, so diese Sendung, dann und dann an dem Tag läuft irgendwie Wetten, dass... Gibt es das noch? Nee, gibt es wieder. Gibt es wieder? Ich glaube schon, oder? Boah. Wollt nicht, Gott... Weißt du, es ist zwar viel im Fernsehen ist Trash, aber du hast ja sicher auch irgend so eine Guilty Pleasure, die du vielleicht auch jetzt nicht zugeben magst, wo du ab und zu mal sagst... Du hast mal erzählt zum Beispiel, ich kann mich an viele Sachen erinnern, Biggest Loser zum Beispiel. Das habe ich nie gesagt. Das hast du gesagt. Das habe ich mal gehört. Ja, okay. Und dann möchtest du, das läuft vielleicht nicht in der Mediathek, das jetzt vielleicht schon, aber manche Sachen gibt es halt einfach nicht in der Mediathek und dann legst du eben entweder Einzelaufnahmen an oder du sagst, ich möchte einen Channel anlegen. Channel ist sowas wie eine smarte Playlist, die musst du vorher anlegen und alles, was auf diesen Filter dann matcht, das kann dann sowas sein wie Columbo oder ein Schauspielername, dann nimmst du halt alles auf, wo irgendwie Morgan Freeman drin ist und dann nimmt er das alles auf. Das liegt dann dafür eine gewisse Zeit online. Das ist je nach Paket ein bisschen unterschiedlich, wie viele Channels du haben kannst und wie viele Aufnahmen du haben. Also die Aufnahmen sind nach Zeit gestaffelt. Also wir können mal hier in die Features reinschauen, beziehungsweise die Preise der Pakete. Da siehst du drin mit dem SaveTV XL kannst du jetzt neu 60 statt 30 Tage alle Aufnahmen aufheben und während der Zeit kannst du sie streamen. Du kannst sie aber auch während der Zeit runterladen und dann dich selber um das File kümmern und irgendwo hinlegen, wo du es haben willst. Du kannst auch mit der mobilen App sagen, ich lade das jetzt runter und dann hast du es in der S-Bahn unabhängig vom Netz auf deinem Gerät drauf. Werbeunterbrechungen werden automatisch rausgeschnitten und ihr könnt es streamen, ihr könnt es runterladen, ihr könnt die Datei bekommen und könnt es dann einfach aufheben. Ihr braucht keine zusätzlichen Geräte. Ihr schaut euch das einfach mal an mit einem Link, der heißt save.tv slash Bits und so, kriegt ihr drei Monate gratis und dann 40% Folgerabatt, wenn ihr das Abo nehmt. Ihr könnt das XL-Paket drei Monate kostenlos testen, ihr könnt in der Testphase jederzeit kündigen und wenn ihr dann sagt, es ist gut, dann könnt ihr auf das Folgepaket 40% Rabatt bekommen, save.tv slash Bits und so, wenn ihr ab und zu mal was im Fernsehen aufnehmen möchtet. Einzige Einschränkung ist, es ist nicht live, sondern ihr müsst vorher die Aufnahme programmieren und dann ist sie da. Schrecklich. Live-Fernsehen ist eh überholt. Ja, aber. Stimmt's? Ja, also dieses Gucken, wenn man Bock hat, ist, finde ich, besser als Gucken, wenn man Bock hat, wann der Sender das ausstrahlen möchte. Genau. Also save.tv slash Bits und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Herzlichen Dank für's Zuschauen.